Hallo Leute und Zuschauer, wir haben 2018 und stecken in die Vorbereitung für unsere Rollertour nach Mallorca im Juni 2018. Und die ersten Roller haben wir ja schon besorgt aus Emden. Und ein Roller davon, das ist dieser hier, der hat laut Vorbesitzer einen Motorschaden. Ich denke mal, dass der einen Kurwellenlagerschaden hat und ich möchte gerne jetzt den Motor drunter weg bauen, um mir das mal anzuschauen und eventuell das Kurwellenlager zu erneuern. Aber seht dann selber. Viel Spaß! So, jetzt kann man sich das Geräusch mal selber anhören. Ich werde mal die Maschine dazu anlassen. Das ist ein malendes Geräusch. Das klingt natürlich nicht so gesund. Das ist ein hauser Mensch. Das ist ein hauser Mensch. Das ist ein hauser Mensch. Danke schön! Hallo liebe Freunde, ich habe den Motor soweit ausgebaut, jetzt wollen wir mal gucken, kann man jetzt schon sehen, ganz viel Spiel in der Kurvewelle auf der Seite der Lichtmaschine. Also das Lager wird kaputt sein und das werde ich jetzt austauschen. Bis zum nächsten Mal.